Ich war in so einem Unterwäscheladen, aber wo so richtig so sexy Unterwäschel sind. Dann bin ich da so rein und dann krieg ich da so ein bisschen so... Oh, okay. Was gibt's denn hier alles? Wow. Dann hat mich geguckt und dann kommt die so zu mir, ich stehe da nur so richtig so schüchtern so, Hallo und sie so, Hi. Und dann war ich so, nein, ich muss selbstbewusst sein. Ich muss das jetzt durchziehen und war ich so... Ich wollte fragen, ob ihr so Overneys habt, aber so durchsichtig oder so How-To und whatever. Und dann war ich so richtig selbstbewusst und war ich so, ja, ich brauche solche Overneys. Dann nehmt die mich so mit in irgendeiner Ecke und dann zeigt sie mir so, guck mal, was wir hier haben. Diese richtig sexy Overneys mit Spitze oben. Das wird ihr bestimmt gefallen. Ich war so, was ist, wenn sie gar nicht weiß, was Cosplay ist und dann denkt sie, ich mache so Spielchen. Und dann denkt sie, ich verkleide mich so richtig so als sexy Bunny Girl. Und dann denkt sie so, oh, so ein Cosplay. Nein! Nein! Wo, wo ist? Hä? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Ui. Bin ich gerade am Verlizium in ihren? Was passiert hier gerade? Meine Traumrolle ist, irgendwann einen Löwen zu synchronisieren. Nee, mehr so ein Bär. Was? What the hell? Finn, was kannst du? Gar nicht. Rot kann schimmeln, was kannst du, Finn? Halt die Schnauze, du Hohensohn. Oh, zwei verschiedene Augen ver... Abend zusammen bin, auch endlich da. Habe gerade gehört, dass Luni auf der Dokomi werfen will. An der Stelle möchte ich nur nochmal klarstellen, dass das Einzige, was Luni auf der Dokomi werfen wird, böse Blicke nach oben sind. Da sie ja schließlich versuchen wird, in unsere Gesichter zu gucken, das war's auch schon small. Was? Hä? Kann euch werfen und ich werde euch werfen. Ja! Nummer 9. Welches Land ist hier gesucht? Ja, Peter. Japan? Japan! Kann ich einfach runterspringen? Yippie! Ich kann sterben? Ihr kennt ja Lucario bestimmt noch. Okay, aber guckt mal, guckt mal. Ich habe nämlich noch ein Geschenk bekommen. Ach so, ach so, ähm, ja natürlich. Sorry, das ist ein Fake-Bild. Das ist da links, äh, das ist ein Fake-Bild. Ne, das zählt nicht. Hier, guckt. Geht ihr? Ähm, die verstehen sich, die lieben sich sogar. Wir kommen hier nie wieder raus, Chad. Nie wieder. Warte, ich habe, ich habe einen Strich. Okay. Vielleicht, ich habe jetzt doch irgendwie Bock auf Sushi. Nein, ruf bitte die, ruf bitte die Feuerwehr an. Ruf die Feuerwehr an. Aber ich habe Hunger! Aber ruf die Feuerwehr an, bitte! Okay, gut, okay. Eins, eins, zwei. Ah, nein, ich kann ja sterben! Okay, beim nächsten dürfte mich nicht judgen, da fiel mir einfach nichts ein. Und dann hat einfach mein Männergehör einfach geschaltet. Was finde ich bei VT man hot? Ute, wo's? Jetzt stelle ich mir halt vor, wie du den so rausschneidest. Dann hast du mir den so abholt. Peter ist es. Hallo? Hi. Fuck. Nein, jetzt hört auf, wirklich. Ihr seid alle wunderschön. Ich will das, ich will das hier nicht hören. Ihr müsst euch gar nicht verstecken oder sonst was. You guys are pretty. Stellt euch vor, ich wäre nicht VTuber. Stellt euch vor, ich wäre Cam, Camgirl. Nee, Camgirl ist falsch, glaube ich. Streamer? Camstreamer. Ich brauche keinen Landungsmodus. Perfekt. Was schreiben sich auf Loony? Loony? Schmoni? Ups. Moony? Honey? Ich habe mich bei der Anime-Superkraft dieses Mal für ein Edgy-Animer entschieden. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, dass er kann so seine Energie bündeln, wenn er ganz, ganz viele Frauen in so einem Harem um sich sammelt. Und dann kann er die Giz-Kanone abfeuern. Ich will zum Spaß. kannst du einmal für uns demonstrieren was für ein geräusch dabei kommt wenn man dieses kann oder abfeuert wenn ich nicht georgieser spiele dann hallo die bilder mit die modis zeigen die stadt aus frankreich für jede stadt hast du 15 sekunden zeit ich sehe ich gar nicht ein nur weil der toter mann in meinem kofferraum ist nicht dass ich ihn umgebracht habe als wäre ich einfach krank als würde ich so krank seid ihr wirklich für die nase aber die nase macht sich irgendwie seriös muss ich sagen findest du ich könnte zu bitcoins investieren ja ich habe ahnung wisst ihr was mir geschickt wurde wie meine freunde mit meiner größe 153 umgehen was ist das ich bin erstens nicht ein meter 53 und zweitens was ist das sieben plus sieben sind 14 noch 14 knappe sache knappe sache nein 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 er hat mich geprägt du bist so ein assi ohne Wind das werde ich dir niemals verzei ich fühle mich nicht so gut weil mega noch werden ein